Ein Mord, ein Rätsel und der Ruf des Abenteuers. In seinem neuesten Werk begibt sich Comic-Journalist Nicola Wild auf die Spuren der uralten persischen Religion des Zoroastrismus. Seine Reise führt ihn durch den heutigen Iran. Dort wird er mit exotischen Bräuchen konfrontiert und einer Künstlerbewegung im Untergrund. In »Also schwiegt Zarathustra« vermengt der französische Comiczeichner Fiktion mit echtem Journalismus. Das Ergebnis ist ein neuer Blickwinkel auf das einstige Zentrum des persischen Imperiums. Fiktiver Reisejournalismus, greifbar, spürbar und authentisch. Auf der Grundlage der echten Reiseerlebnisse von Nicola Wild. Ein tiefer Einblick in ein Land, in dem das Nationalbewusstsein immer noch unter der amerikanischen Intervention leidet, eine Diktatur massiv in den Alltag der Menschen eingreift und eine vergessene Religion die Chance zum Widerstand birgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017